Heute probieren wir den Häusler Grill aus, dazu legen wir gleich mal ein paar Eier habe ich schon angemacht und dann kommen wir noch ein paar alte Weinbergsknürze, das sind alte Weinbergs Reben oder Stücke So, die Glut ist jetzt genial, das heißt jetzt schieben wir das Fleisch ein Noch ein paar Hocken, da warten wir noch ein bisschen, noch ein paar Steaks Und abwaschen Raus mit der ganzen Mann Schare, oh das sieht gut aus, Wahnsinn In der Summe bin ich begeistert von dem Schwenkarm, das Grillen funktioniert super, weil es nicht nur unten, sondern von oben auch gegrillt wird Das einzige ist, wenn man den Schwenkarm aus dem Ofen raus tut, dann tropft das Fett natürlich runter auf dem Fußboden, also da muss man was hinlegen Ihr seht ja, tolles Ergebnis, perfekt Diesmal habe ich nur mit Holz gegrillt, vielleicht probiere ich es nächstes Mal sogar mal mit Holzkohle zu grillen